In meinem neuen Taunus-Krimi im Wald geht es um ein ganz altes Geheimnis. Es gibt hier ganz in der Nähe von diesem Punkt, wo ich hier gerade sitze, einen alten Campingplatz, mitten im Wald. Und wie das eben so ist, wenn man Krimis schreibt, kommt man auf die abstrusesten Ideen. Und so kam ich eben auf die Idee zu der ersten Szene meines Buches. Das müsst ihr aber lesen, worum es geht. Das verrate ich jetzt hier nicht. Mein Buch im Wald ist der achte Taunus-Krimi mittlerweile. Und ich muss sagen, es ist eins meiner persönlichsten Bücher. Denn es spielt wirklich genau an den Stellen, an denen ich sehr oft mit dem Hund spazieren gegangen bin oder mit meinem Pferd durch den Wald geritten bin. Und diese ganze Geschichte ist eben ein Rückblick in die Vergangenheit. Ich selbst liebe ja solche Geschichten, die ihren Ursprung lange, lange Jahre zuvor hatten. Und ich denke, man merkt es dem Buch an, dass es mir persönlich sehr viel bedeutet. Bei Im Wald war es so, dass ich eine ganz vage Idee hatte. Und die Inspiration war tatsächlich eine Geschichte, die sich vor vielen Jahren in Kelkheim ereignet hatte, die mich auch tatsächlich schon mal zu Schneewittchen muss sterben inspiriert hat. Damals ist vor ungefähr 15 Jahren ein Mädchen spurlos verschwunden und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Das fasziniert mich immer sehr. Gerade diese Geschichten, was heute ist und was früher passiert ist. Diese Geheimnisse zu entdecken und herauszufinden, wer sich all die Jahre dumm gestellt hat, das ist für mich als Autorin eine riesengroße Herausforderung. Und ich denke, für die Leser ist es einfach spannend nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017